Ich hab mir gerade immer die Schuld dafür gedacht, das ist nicht so richtig angenehm, aber egal. Huch, sind wir schon runtergegangen. Ja, es geht direkt wieder weiter. Genau, wir starten in den Duellkerker. Und wie gesagt, mal schauen, wie weit wir kommen. Wir haben direkt schon auf der ersten Etage einen Gegner, den wir vorher noch nicht kannten. Duellkerker, erst unser Geschoss. Im Duellkerker funktioniert es folgendermaßen. Auf jeder Etage müssen wir halt eine gewisse Anzahl an Gegner besiegen. Um hier voranzuschreiten. Ich hätte vielleicht doch mal einmal ins Toothaus gehen sollen, um unsere Sternenergie aufzuladen. Aber, naja. Und vor allem trifft man hier auf eine Anzahl neuer Gegner. Und ja, auch einige Gegner sogar, die exklusiv nur hier vorkommen. Insgesamt gibt es 100 Etagen. Das heißt, man kann leider auch nicht speichern zwischendurch. Also man muss immer wieder, wenn man rausgeht, muss man immer wieder bei Null anfangen. Alle 10 Etagen gibt es einen Bonus. Und ab und zu gibt es auch, ja, sehen wir noch alles, Opportunities, Gelegenheiten, um ein paar Etagen zu überspringen. Da muss man mal aufpassen, dass man nicht die Zwischenetagen, auf denen es halt Bonus gibt, überspringt. Das ist alles so ein bisschen heikel. Das ist ein Glumba. Glumbas sind fiese Glumbas, die im düsten Tunnel leben. Kapitel 7, Angriff 3. Verteidigung 0, Ort, Duell, Kärker. Aber, guck mal, die kommen wirklich auch nur hier vor. Okay. Wo ich ja gerade die Nachricht, dass wir um 5 die Komode abholen können. Das kommt eigentlich ganz gut mit meinem Plänen. Das heißt, wir würden bis kurz vor 5 streamen. Länger hatte ich eh, glaube ich, nicht vor. Zwei, mehr oder weniger drei Stunden plus minus. Auf eine halbe Stunde runtergekattet sind ja 6 Folgen. Gut, für eine Woche brauche ich 7, aber ich habe, wie gesagt, noch ein paar auf Halde. Das müsste passen. Genau. Ja, 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 ja. Ja. Sie sehen zwar aus wie normale Gumbas, aber du solltest sie nicht unterschätzen. Wegen der ungesunden Gesichtfarbe, das ist normal. Mach dir mal keine Gedanken. Drei Angriff. Scheiße. Ich sorgt lieber dafür, dass du diese Fischer schnell erledigt hast. Ja, drei Angriff ist natürlich schon heftig, ey. Gut, bringt dir Kollegen nix. Mit unseren neuen Schuhen ist das natürlich gar kein Problem. Man hat hier einen Schuhen-Bonus pro Kampf. Ich glaube, das ist neu. Ich glaube, den Abschluss-Bonus gab es vorher so noch nicht. Das sind die Duell-Kerker. Besiegende Feine und dringend immer tiefer nach unten vor. Findest du nicht auch, dass du luftig kühlst? Wir sind wohl schon ziemlich tief unter der Erde. Das ist natürlich cool, wenn man hier jetzt inzwischen mehr Münzen sammeln kann. Richtige OGs würden wahrscheinlich sagen, oh, easy mode, aber... Sproings kennen wir ja. Ja, sieh, Schalat. Letzten Fall für Kupio. Okay, na gut, ja. Dann machen wir eine Show-Einlage und Kupio räumt hier auf. Na ja, äh. C-Kommando vergessen. Das ist ja alles noch relativ einfach. Ich wollte eigentlich testen, ob Kubrida irgendetwas anderes sagt. Pro Etage, aber ich glaube nicht. Ne, okay. Äh. Megasprayings nehmen wir auch schon, ne? Oh, was solltet. Oh, was solltet. Oh, was solltet. Oh, was solltet. So, hier kommen wir jetzt nochmal ein bisschen über die Nintendo Direct labern. Also, ich habe ja schon gesagt, was für eine geile Nummer was war. Ähm. Neben viel Square Enix-Kram, die einfach alles 10.000 Mal verwursten. Wobei da auch coole Sachen dabei sind, wie die HD... HD... Wie haben sie es genannt? HD-2D-Remakes von, äh, Dragon Quest 1, 2 und 3. Wobei jetzt 3 zuerst rauskommt und 1 zu 2 dann nächstes Jahr. Ähm. Was an sich... Ein bisschen komisch wirkt, aber in dem Sinne Sinn macht. Da... Ähm. Ähm. Die ersten 3 Dragon Quests eine Triologie bilden. Die da so aufgebaut ist, dass, ähm... Ja, 3 ein Prequel zu 1 zu 2 ist. Also 1 zu 2, die Geschichte... 2 schließt sich an 1 an und 3 ist aber ein Prequel zu 1. Deswegen macht die Veröffentlichung jetzt für den Braimax, dass man da mit 3 startet, Sinn. Oh, dann kann man die nämlich chronologisch verfolgen, wenn man das denn tun möchte. Wie gesagt, die anderen JRPGs, die die da hatten, fand ich alle irgendwie nicht so ansprechend. Beispiel die, äh, Romance... Wie heißt das? Romance Saga. Beispiel nicht, aber ich glaube, das ist die Saga-Reihe. Romantic Saga. Romantic Saga schießt mich tot. Steck ich halt nicht drin. Ähm. Dann gab es noch so ein cutes... RPG-Dingens. Das hat mich irgendwie gar nicht angesprochen. Hm. Aber. Aber, aber, aber. Die Highlights für mich kommen auch alle wieder von Big N selber. Da hätten wir nämlich dann so Sachen wie, ähm... Vorne vorweg kamen direkt... Ich glaube sogar als erstes direkt, ne? Ein neuer, äh... Teil der... Mario-Luigi-Reihe. Welche ja, seines Zeichens, die andere Rollenspiel-Reihe neben Paper Mario war. Und auch die, die sich eigentlich über die Jahre immer getrollen geblieben ist. Natürlich haben die auch viele ausprobiert, aber sie waren im Grunde immer Rollenspiel-Reihe zu Super Paper Mario, äh, zu... Ja, zu Super Paper Mario, was dann ja eher ein Action-Jump'n'Run mit Rollenspiel-Einflüssen war. Was ich sehr schade von damals. Mario-Luigi-Part ist in Time. Dann kam Mario-Luigi-Abenteuer Bowser. Ne, Bowser's Insights, glaube ich. Dann, glaube ich, Abenteuer Bowser. Also, auf jeden Fall gibt es inzwischen einige Teile von. Ähm, und da freue ich mich sehr. Da ein komplett neuer Titel, jetzt in sehr schönen Zellscheiden, wie ich fand. Auf der Switch. Mario-Luigi-Wothership. Sehr, sehr cool. Dann, absoluter Banger, komplett aus dem Nichts. Auch schon diesen September, dann soll es rauskommen. Ein neuer Zelda-Eintrag. Und nicht nur irgendein neuer Zelda-Eintrag, sondern... Erstmal mit dem sehr schönen Stil von dem Link-Orakenen-Remake. Für die Switch, was vor ein paar Jahren rauskam. Dieser Diorama-Look, wo alles so ein bisschen wie so Knitfigürchen aussah. Den mochte ich sehr gerne. Und dann spielt man einfach mal Zelda. Zelda ist die Hauptaktrice. Die Hauptprotagonistin. Und Leute, geht da das Internet schon wieder Riot. Alter, die Leute sind so kaputt, ne? Ohne Witz, ey. Was ich da schon vor eine Scheiße gelesen habe. Von wegen, mh, G-Play sieht voll öde aus. Mh, grafische Scheiße. Mh, Zelda als Protagonistin. Ey, Nintendo's so woke. Äh, äh, äh. Haltet all die Fresse. Das ist ja ganz ehrlich, ey. Ich freu mich mega drauf. Gameplay, ja. Konnte mal jetzt wenige 8.000 Trailern. Man hat halt irgendwie einen Stab, äh, mit dem man Sachen speichern kann. Also Stühle, Möbel, Betten, aber auch irgendwie Gegner. Und dann kann man diese halt unendlich replizieren, um da somit dann... Also das Gameplay scheint ein bisschen mehr auf Rätsel als auf Kämpfe ausgelegt zu sein. Und dadurch, dass es anscheinend kein Limit gibt, wieviel man mit diesen Sachen beschwören kann. Ist die Frage, wie schwer dann diese Rätsel werden. Oder wie kreativ man dann umgehen wird. Aber das muss man halt sehen. Ich vertraue da Nintendo auf jeden Fall. Wenn Leute sowas... Also wenn Leute solche Spiele halt kreativ einsetzen können, dann ist es Nintendo. Ähm, deswegen bin ich, äh, sehr gespannt drauf. Ja, dann gab's, ja, es war für mich jetzt auch nicht so interessant, irgendwie, ne, viel Kleinkram. Irgendwie Among Us kriegt ein kostenloses Update. Wow, wow, äh, was war noch dabei? Hier die Marvel Capcom Collection, Arcade Collection. Für Fans auch sehr cool. Da war ich leider auch nie drin, muss ich sagen. Ähm. Noch diverse Live-Sims, mal wieder irgendwie, Farming-Spiel XY. Damperman, kostenlos, hab ich irgendwie auch nicht abgeholt, weiß ich nicht. Steck ich nicht drin. Aber, dann zum Schluss. Nach dem letzten Lebenszeichen, vor sieben Jahren. Der erste Teaser für MeTroll Prime 4. Holy fucking cow. Let's go. Hab ich Bock auf diesen Titel. Oh mein Gott. MeTroll Prime werden wir auf jeden Fall auch noch gezocken. Ähm, hab ich auch schon lange, lange auf der Liste als Let's Play. Ähm, hatte ich dann damals irgendwie, hab ich mich dann nicht für Let's Play entschieden, hab ich aber trotzdem mal kurzerhand auf dem Gamecube-Emulator, ähm, eigentlich wollte ich nur ein bisschen testen. Oder hab dann einfach MeTroll Prime 1 damals, privat, dann auf dem Emulator in HD, einfach nochmal durchgezockt. Ähm, davon gibt's dann ein Remaster auf der Switch. Das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal zulegen. Und dann jetzt mit der Capture-Karte, dann irgendwann, werden wir das angehen. Mit dem Verweis auf 2025, könnte ich mir vorstellen, dass das, ähm, ja, der Titel wirkt wie, äh, Twilight Princess oder ähm, Westerso Wild, also der Titel, der die Generation miteinander verbindet. Das heißt, der auf Switch und Switch 2 gleichzeitig rauskommt. So, dass man ein bisschen treiben kann, auf welcher Konsole man das dann, sich holt. Und dann direkt als, ja, als Launch-Titel für die neue Konsole. Wahrscheinlich damit ein bisschen besserer Performance. Ja, ey, richtig geil drauf, ey. Ich hab's so Bock, ich war so gehypt damals, als die Ankündigung kam. Dann war's ja ein paar Jahre ruhig, da kann man aber die Nachricht, okay, es geht doch wieder zu Retro Studios, zu den Originalentwicklern. Äh, aber die Entwicklung fängt immer von vorne an. Ich glaub, das war vor sieben Jahren diese Ankündigung. Und jetzt, hören wir wirklich, jetzt ist es soweit. Ich hoffe, dass Psy dann vielleicht nochmal, ähm, 2 und 3 auch irgendwie auf die Switch kommt. Als Remaster. Das würde ich sehr begrüßen, weil da könnte man die ganze Trilogie im Idealfall noch durchziehen. Ähm, ja, und wie gesagt, das sind zwar nur drei Titel, aber die haben für mich diese ganze Direct, ähm, doch sehr episch gemacht, muss ich sagen. Wissen, ja, läuft's ja ganz gut hier, ne? Warum lauf ich da so rum? Ja, weil ich meine Gedanken ordnen muss, Entschuldigung. Weil man sich ja doch mal hier ein bisschen auf die Kämpfe ein bisschen konzentrieren muss, ne? Durch die Action-Commandos und so ist das ja nicht hier einfach so klick, klick, klick wie bei anderen JRPGs, rundenbasierten. Oder einfach nur jeder Runde das gleiche macht und sagt, ja, okay, greif, angreif, 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 zack, 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 zack. Ist das ja hier doch ein bisschen mehr. Ein Superpilz. Jetzt haben wir schon wieder keinen Platz, ne? Äh, Tasche. Wir trinken einen... Ne, wir essen einen... Man könnte ja sonst nichts. Wir essen eine Pilzfeine, dann sind wir nicht geheilt und haben BP voll. Nice. So, ich weiß auch gar nicht mehr, auf welcher Etage sind wir jetzt eigentlich. Wir sind noch nicht auf den neunten. Ich muss gerade sagen, irgendwann müsste jetzt langsam mal die erste Zwischenetage kommen. Da haben wir sie auch. Hier sehen wir. Es gibt eine große Kiste. Orden Schnarcher erhalten. Hier mit Stefan Mario Gegner 1, sie greift nicht an. Ja, Schattelsveränderung, ne? Vielleicht muss ich irgendwann auch mal, aber... Das ist immer so, da denke ich, ah, BP, ja, ganz cool, schlafende Gegner, aber irgendwie... Tote Gegner sind besser als schlafende Gegner. So, deswegen bin ich eher, wenn dann, für irgendwas, was mal Schaden macht, und so. Als nur irgendwie Schattelsveränderung. Zurück zum Eingang. Achtung, gehst du zurück, musst du noch einmal von vorne beginnen. Genau, also auf jeder zehnten Etage, habe ich ja auch gesagt, ne, hat man die Möglichkeit, wieder nach oben zu gehen, aber man muss jetzt auch wieder unten anfangen. Und es gibt dann immer noch, äh, hier den guten... Den können wir ja aus dem Bubo-Raum. Wie heißt der? Bubowski? Das ist der Verschicker, der manchmal in den Duell-Kerkern auftaucht. Für wenige Münzen schickt er uns in ein anderes Stockwerk, wenn du es willst. Genau, dann gibt's diesen Knopf, um hier die nächste... Ja, okay. Ich bin der Verschicker und ich kenne ein paar Abkürzungen durch die Kerker. Für eine Handvoll Münzen kann ich euch verschicken. Ist das ein Angebot? Zwei Etagen tiefer, fünf Etagen tiefer. Zum Eingang. So. Was ist der Nachteil? Der Nachteil ist, wir kriegen keine Münzen von den Kämpfen und keine Sternenbocken von den Kämpfen. Ähm. So, mehr gibt's nicht. Und man muss halt gucken, wo der auftaucht. Das ist halt völlig random. Der muss nicht hier auf so einer Zwischenetage auftauchen. Ähm. So, wir sind jetzt auf 10. Das heißt übrigens auf 15. Finde ich okay. Machen wir. Gut. Und jetzt Augen zu. Meine Abkürzungen müssen deine absolut geheim bleiben. Blut nicht? Doch, Blut. Aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Denn, wie gesagt, äh, wir müssen bis zur Etage 20 für die Quest. Aber, im Idealfall machen wir bis zu Level 50 weiter für ein geiles Item, was ich haben möchte. Vielleicht ist das auch völlig, ähm, bescheuert, weil die Gegner bis dahin viel zu hart werden. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht. Was ich weiß, ist, dass wir hier ein Maxi-Beben machen. Oh fuck, das wär fast zu früh gewesen. Gut, am Anfang ist gemein. Ja, problem ist, auch, jetzt haben wir ja, jetzt habe ich, äh, war bei der Mitbruder zugesagt, dass wir um 5 Uhr diese Komode abholen. Aber gegen 5. Ähm, damit haben wir natürlich jetzt auch ein bisschen Stress, also ein bisschen Stress zu übertrieben. Äh, ne? Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, Zeit. Zeit ist ein Dieb, immer. Wir gucken einfach mal. Komm, komm. Zubersproniert, nee, jetzt sind wir 16, ne? Komm her. Vielleicht auch den Hammer nehmen sollen. Komm, Lina, erleuchte mich. Ich, ähm, ja, eigentlich auch. Der Angriff 3. Kapier 7, bloß, die können fliegen. Da sind Paraglumba. Paraglumba sind fiese, gefügelte Goombas. Du findest sie in den düsten Tunnel, da fühlen sie sich am wohlsten. Maximal Kapier 7, Angriff 3, verteidigung 0. Sie sind wie Paraglumba, nur etwas stärker eben. Aber sonst was Besonderes. Ob die Flügel so kalten und nassen Keller nicht gleich schimmeln? Wie, wie, das ist ja widerlich. Ah, wie viel kostet Reiden? Aua, auch nö, jetzt ist die auch noch. Au. Au. wow das war ganz schön scheiße also ich hatte kurz gehoffnung dass ich vielleicht mit der mutikopfluss den hinteren gloomber in einer runde erledigen hat nicht geklappt ich finde es frech dass wir für die nur einen sternpunkt kriegen würde ich sagen ich finde dass uns gegner sind ja schon ein bisschen stärker da könnte man ruhig auch noch wie mindestens zwei raushauen aber wer bin ich schon was machst du da verknocken gerade ein bisschen ja muss auch mal sein ich hasse kürze ich hasse kürze ich hasse kürze sehr ich finde welchen rücken spieße sollte es eigentlich noch mehr starten geben jetzt jetzt kannst du mich das war mehr als scheiße gerade korrigiere was passiert hier was geht ab das letzte wir sagen können dass sie das ding einsetzen und dann auch noch die hinteren rückwand umfällt packy doodle das war jetzt wow das escalate quickly i would say ja das ja ja ne feuerblume ja da reden wir nicht mehr drüber das war richtig warum kommt der hammer kommt auch nicht durch ach es ist doch so ich hasse habe ich gesagt ich kürze die gegner sind für wirklich also das können richtige cockblocker seine was schon peinlich was mache ich denn ich kann nicht auf die drauf und ich kann erstmal gar nichts hier ich jubel ich bin auch da magisch und fast ne wie viele schauer anlage bringt ach guck mal und jetzt haben wir auch mal jetzt mal ich letzter tag und das ist der weg und dann wäre eigentlich aber okay immerhin immerhin acht sternen punkte endlich meine verdoppelstern punkte wo wie ich wollte gerade sagen spiel weil bei halten wurden die immer nach unten angezeigt und ein bisschen münzen leck mich fett ich überlege gerade ob ich nicht ähm vielleicht sollten wir ähm ach wir haben gar keine blumen sägen das haben wir im shop gesehen 50 kp und 5 bp da ist die dürr aber den gönne ich mir dann drücke ich mir auch noch ein wir haben immer einen tropfsirum das heißt einen langen kampf könnten wir immerhin mal welche kregen ja 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 man da ist der footer guten pokey haben wir einen schnurbart wappel skin ringer das ist ein pokey pokey ist ein kaktus monster mit fiesen stacheln maximale kp 4 angriffskraft 3 beteiligung 0 pass auf die stacheln auf wenn du springst wird das bestimmt ziemlich weh pokies werfen mit teilen ihres körpers oder fallen auf dich drauf außerdem rufen sie gerne verstärkt und lassen uns schnell besiegen ja auch da ein bisschen schade dass unser hammer noch so kacke ist auch nur jetzt habe ich mir warte mal jetzt wenn der aufgeladen ist kann ich nicht auf die draufhüpfung das war auch so ne aber mit sternpunkt ärgert mich echt bis dass man so wenig kriegt ne ja ja bin auf gutem weg würde ich sagen habe ich gerade gezeigt ne im 18 da liege ich nun bin ganz ramponiert hey was wer ist da was ist du bist gekommen um mir zu helfen oh wirklich teddy bär hat dann muss ich zu mir zurück lebend führe mich hinaus ich habe mich vergessen wie du heißt also das ist das ist t rottl ein tod oder auch trottl er ist t die bärs vater und sein sohn macht sie sorgen also das ist trottl ein tod er ist teddy bärs vater und sein sohn macht sie sorgen um teddy bär zu helfen musst du trottl schnell retten genau ok man trifft man ihn also zwischen 10 und 20 und muss ihn dann bis 19 durch bis 20 durchgeleiten ich hoffe aber nicht dass ich mit ihm nach oben muss ich glaube der geht davon ein ruhig ruhig als jubes geregelt da hat vor kurzem aber maluna in einem ihrer streams gezeigt dass sie nicht nur die mürwe perfekt nachmachen kann sondern auch ein tod sehr lustiger clip immerhin ist unsere sternendings voll und wir haben ja inzwischen drei das heißt wir könnten einmal sternefit benutzen und haben trotzdem noch genug für ein beben im notfall also wenn wir das nächste mal bp das habe ich verbreitet dass wir das ja auch noch haben und stern finden so wirklich nicht zu unterschätzen wenn man gut den stick schwingt dann kann da schon einiges also dann gehen wir ja das durch so level 20 geschafft oh da ist der ausgang oh teddy bär ich komme aha um unsere belohnung abzuholen müssen wir raus gehen worden feuerschlag erhalten attackiert attackiert bodengegner umgeht ihre verteidigung und setzt sie im brand den ist doch mal vernünftiges also vor allem der aspekt mit dem umgehen der verteidigung finde ich praktisch kostet 3 die 7 von schnell wechseln die hoher und halt echt rein aber die sind also finde ich halt einfach zu wichtig also ganz ehrlich hallo ich bin entler ich habe hier jeder mann gebrannt euer wahn im angebot ja der gute mann taucht ja auch gerne mal auf ist allerdings totally überteuert und wird auch immer dürrer von etage zu etage ja ich weiß nicht ich bin geizig nein ich bin für alle lassen aber wie sich noch einmal schauen schade sein das erste und du solltest gut bevor er bereits sein auf das was ich noch warten könnte ramm steckte hausierer anscheinend streng stelle preise die von den kerker vorbringen aber es ist natürlich eine praktische einrichtung wenn die is estamos kaufen muss das sind juell kerker aber hier ist kein gegner durch die höher da kommen wird auf ein schlag wird zum eingang aber da müssen wir uns den weg hier noch einmal freikämpfen. Da überlegt man sich schon zweimal ob man zurückkehrt oder weitergeht. So, 5 Etagen bis zur Hälfte.